Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wiederhole hier nochmal einen Vortrag von den Bibeltagen 2024 in Holzhausen über Raub und Rückkehr der Bundeslade, weil die Aufnahme dann nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, die Qualität nicht so gut ist und weil das Thema einfach so spannend ist und interessant ist, weil dort in dem, was dort gezeigt wird, die ganze Heilsgeschichte vorweggenommen wird in der Bibel im Alten Testament. Das kann man an dem Raub und der Rückkehr der Bundeslade sehen. Das möchte ich euch nicht vorenthalten und wir steigen da einfach mal schnell ein. Also das ist hier ein Bild von der Bundeslade, sieht man hier ja mit den beiden Cherubim und dem goldenen Deckel auf der Bundeslade. Die Bundeslade selber war aus Holz gefertigt, eine Kiste aus Holz, die war nur vergoldet und auf der Bundeslade oben drauf, da war dieser Sühnedeckel aus einem Stück Gold getrieben. Also nicht gegossen, geschmolzen und dann gegossen, sondern aus einem Stück Gold getrieben. Man weiß heute nicht, wie die das gemacht haben damals, aber das ist das, was in der Bibel uns darüber berichtet wird. Die Bundeslade selber war zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und 1,5 Ellen hoch, also 111 mal 67 mal 67 Zentimeter aus Akazienholz mit Gold überzogen und der Deckel aus massivem Gold mit zwei goldenen Cheruben, vier Ringe aus Gold mit vergoldenen Stangen aus Akazienholz, die sieht man dort rechts und links von der Bundeslade in diese goldenen Ringe eingesteckt. Ursprünglich war die im Allerheiligsten der Stiftshütte und später dann im Tempel Salomos und nur der Hohepriester durfte die Lade sehen, wenn er den Raum einmal jährlich am Sühnetag betrat. Die Bundeslade, die ist gestohlen worden, der Text steht in 1. Samuel 6 und die Bundeslade ist weggenommen worden von den Philistern. Es hat einen Streit gegeben, einen Kampf gegeben hier in Eben-Eser und als die Israeliten dann verloren haben, haben sie dann hier von Shiloh oder von Siloh die Bundeslade geholt und die sollte dann wie so ein Maskottchen den Israeliten dann helfen, diesen Kampf gegen die Philister zu gewinnen. Aber die Israelis, die verlieren und die Bundeslade wird halt dann durchs ganze Philisterland getragen und von Stadt zu Stadt geführt und überall treten Plagen auf, Krankheit und Hunger und irgendwann bringen sie die Bundeslade dann wieder zurück nach Beit Shemesh und von dort aus geht sie dann nach Kiryat-Jerim und kommt dann dort wieder auf israelischen Boden zurück. Und diese ganze Reise ist ein Bild, eine Allegorie auf die Heilsgeschichte. Also so sah die Bundeslade aus, das ist in Israel ein Nachbau der Bundeslade in Originalgröße. Es gibt in Deutschland auch eine Bibelschule, die die Bundeslade auch nachgebaut haben, da kann man die sich im Original, in der Originalgröße anschauen. Das war die Bundeslade, wie sie ausgesehen hat, im Inneren. Man hatte hier den Eingang in die Stiftshütte durch diese farbigen Vorhänge, dann kam man zum Brandopferaltar, dann gab es hier ein Waschfass, ein Fass der Reinigung und dann ging es hier ins Heiligtum. Im Heiligtum war die Menora, der siebenarmige Leuchter, der Schaubrot-Tisch mit den sieben Schaubroten, dann hier der Räucheraltar. In der Stiftshütte selber wurde kein blutiges Opfer mehr gebracht, sondern nur noch Opfer des lieblichen Geruchs, wenn man so sagen will. Also Anbetung und dann gibt es hier nochmal einen Vorhang. Und hinter dem Vorhang ist dann das Allerheiligste mit der Bundeslade. Ich glaube, ich habe auch nochmal eine Vergrößerung. Ja, hier kann man das nochmal besser sehen. Ich glaube, dass das hier vorne, dieser Raum im Heiligtum, das ist ein Bild für die Gemeinde Jesu, die besteht aus Juden und aus Nichtjuden. Für den Anteil der Gemeinde Jesu, der aus den Juden ist, das sind diese zwölf Schaubrote, zwölf die Zahl Israels. Und für den Anteil der Gemeinde Jesu aus den Heidenvölkern, aus den Völkern der Nationen, da ist dieser siebenarmige Leuchter, der der Welt das Licht bringt. Also in Offenbarung sieht man auch sieben Gemeinden, die auch als sieben Leuchter bezeichnet werden. Und die Gemeinde Jesu hat in Israel angefangen, in Jerusalem begonnen, ist dann zu den Völkern der Nationen gegangen, das Evangelium hat Licht gebracht in die ganze Welt. Und am Ende der Zeit kehrt das dann wieder zurück nach Israel. Und die Gemeinde Jesu bringt keine blutigen Opfer mehr, sondern die betet Jesus Christus an und den Vater im Himmel. Und die schaut schon ins Allerheiligste dort, wo die Bundeslade ist. Meiner Meinung nach auch ein Bild für die vollendete Gemeinde. Der goldene Sühnedeckel ist ein Bild auf Jesus Christus, massives Gold. Er ist aus reinem Gold, durch und durch. Und die Gemeinde Jesu, die besteht aus einer Kiste aus Holz, einer Lade aus Holz, die nur überkleidet ist mit Gold. Also wir sind mit Christi Gerechtigkeit überkleidet. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Und das ist ein Bild für die vollendete Gemeinde, im Allerheiligsten vereint mit Christus. Und wir finden auch die Bundeslade in der Offenbarung dann wieder in den letzten Kapiteln. Da wird sie dann wieder erwähnt in der Vollendung. Das geht dann nochmal ein Stückchen weiter. Das ist ein Bild über die Skyline von Jerusalem. Ja, hier mit dem Felsentom, mit dem Tempelplateau. Hier ein Bild aus der Modellstadt, die in Israel, in Jerusalem ausgestellt wird. Hier der Tempel des Herodes, hinten, die Burg Antonia, so stellt man sich das vor. So war das damals. Jetzt gehen wir mal zum Text. 1. Samuel 4. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Streit und lagerten sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Afek. Das kann man hier auch sehen. Ja, also Israel zog den Philistern entgegen in den Streit. Die Israelis haben sich gelagert bei Eben-Eser und die Philister sind hier nach Afek gekommen und da stehen sie sich jetzt gegenüber. Und sie stellten sich gegen Israel und der Streit teilte sich weit und Israel ward vor den Philistern geschlagen und sie schlugen in der Ordnung im Feld bei 4000 Mann. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute schlagen lassen vor den Philistern? Lasst uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo und lasst sie unter uns kommen, dass sie uns helfe von der Hand unserer Feinde. Also da hört man schon so ein bisschen Kritik raus, so eine Art fleischliches Begehren Israels. Wenn Gott uns nicht hilft, dann hilft uns halt die Bundeslade. Wir helfen uns selber mit der Lade. Wir holen die Lade aus Silo und bringen die dann zu uns. Also hier steht ja, lasst uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des Herrn von Silo. Die war hier in Silo gelagert und sie sind dann praktisch von Eben-Eser nach Silo rauf und haben dann die Bundeslade ins Lager geholt. Und das Volk sandte Gensilo und ließ von da holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim sitzt. Also der Herr der Welt, der sitzt nicht in der Bundeslade, sodass man über ihn verfügen könnte, sondern er sitzt über den Cherubim. Also auch hier wieder so ein dezenter Tadel im Wort Gottes über das, was die Israelis da tun. Und es waren da die zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hoffni, Faustkämpfer und Pinehas, Schlangenmund. Das sind die beiden Söhne Elis, dieses alten Priester, der alt geworden war und blind geworden war. Und der hatte diese beiden Söhne, Hoffni und Pinehas. Und der eine ist ein Schläger, ein brutaler Mann und der andere hat einen Lügenmaul, einen Schlangenmund. Und da die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte das ganze Israel mit einem großen Jauchzen, das die Erde erschallte. Die Bundeslade ist gekommen. Da aber die Philister hörten das Geschrei solches Jauchzens, sprachen sie, was ist das Geschrei solches großen Jauchzens in der Hebräer Lager? Und da sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen wäre, fürchteten sie sich und sprachen, Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sprachen weiter, wehe uns, denn es ist zuvor nicht also gestanden. Wehe uns, wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. Das heißt also, die Philister, die kennen den Gott Israels scheinbar besser als die Israelis. Die haben gehört von ihm und die wissen, wozu Gott in der Lage ist und imstande ist und was Gott mit Israel getan hat, mit den Ägyptern getan hat, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Also die wissen das ganz genau. Gott ist bekannt in allen Landen. So seid nun getrost und Männer, ihr Philister, dass ihr nicht dienen müsstet den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und streitet. Da stritten die Philister und Israel ward geschlagen. Und ein jeglicher floh in seine Hütte. Und es war eine sehr große Schlacht, das aus Israel fielen 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes ward genommen und die zwei Söhne Elis, Hoffni und Pineas, starben. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer und kam gen Silo desselben Tages und hatte seine Kleider zerrissen und hatte Erde auf sein Haupt gestreut. Also da kommt jetzt ein Bote von eben Esa, von dieser Schlacht zurück nach Silo, nach Silo, zu dem alten Priester Eli und verkündet, dass Israel die Schlacht verloren hat. Und siehe, als er hineinkam, da saß Eli auf dem Stuhl, dass er auf den Weg sähe. Denn sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes. Allerdings war Eli auch schon alt, ja, und seine Augen waren dunkel, dass er nicht sehen konnte, ja. Aber aus lauter Not, Herzensnot, versucht er auf den Weg zu sehen, um irgendwie zu hören, was denn passiert ist mit der Lade bei den Philistern. Denn sein Herz war zaghaft über der Lade Gottes. Und da der Mann in die Stadt kam, dieser Bote, sagte er es an und die ganze Stadt schrie. Und da Eli das laute Schreien hörte, fragte er, was ist das für ein lautes Getümmel? Da kam der Mann eilend und sagte es Eli an. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren dunkel, dass er nicht sehen konnte. Ja, also man sieht hier, er versucht auf dem Weg zu sehen, aber er konnte nichts mehr sehen. Er war alt und er war blind. Mose ist in dem Alter nicht blind gewesen, ja. Moses Kleider waren bei der Wüstenwanderung nicht alt geworden und er konnte immer noch scharf sehen. Und das hier ist eigentlich ein Bild auf einen Priester, einen Mann Gottes, der alt geworden ist, schwer geworden ist, müde geworden ist und blind geworden ist, der nicht mehr sehen kann. Das ist eigentlich schon eine Predigt für sich, ja. Das Bild muss man nicht weiter ausdeuten, ja. Der Mann aber sprach zu Eli, ich komme und bin heute aus dem Heer geflohen. Er aber sprach, wie geht's zu, mein Sohn? Da antwortete der Verkündiger und sprach, Israel ist geflohen vor den Philistern und ist eine große Schlacht im Volk geschehen. Und deine zwei Söhne, Hoffni und Pinehas, sind gestorben. Dazu die Lade Gottes ist genommen. Da er aber der Lade Gottes gedachte, also dieser Eli, fiel er zurück vom Stuhl am Tor und brach seinen Hals entzwei und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Also die beiden Söhne, Hoffni und Pinehas, die kommen um in der Schlacht. Das war auch so verheißen von Gott an anderer Stelle, weil die mit den Opfern sehr ungehörige Dinge getrieben haben. Ja, die haben das Opferfleisch dann, was eigentlich dem Herrn gewesen ist, haben sie dann selber für sich genommen und so weiter. Ja, und dann hat Gott beschlossen, sie zu töten. Und das passiert hier, ja. Und der Bote, der aus der Schlacht kommt, der sagt zu dem alten Eli, deine beiden Söhne sind gestorben und die Bundeslade ist weg. Als der Eli aber von der Lade Gottes hört, nicht von dem Tod seiner beiden Söhne, sondern als er von der Lade Gottes hört, dass die Lade Gottes weg ist, fällt er zurück und bricht sich das Knick und stirbt, weil er war alt und er war ein schwerer Mann. Und jetzt wird es sehr spannend, weil jetzt kommen diese Stellen, die wir an anderer Stelle im Alten Testament immer wieder mal gesucht haben, auf die Wiedergeburt, weil hier geht es jetzt plötzlich auch um Geburt. Da steht in Vers 19, seine Schwiegertochter aber, des Pinehas, Schlangenmund, Weib, Frau, ja, das ist die alte Luther-Übersetzung, die ich hier habe, die war schwanger und sollte gebären. Da sie das Gerücht hörte, dass die Lade Gottes genommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot war, krümmte sie sich und gebar, denn es kam sie ihre Wehe an. Und da sie jetzt starb, sprachen die Weiber, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete nichts und nahm es auch nicht zu Herzen, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes und sprach abermals, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Also das ist eines dieser alttestamentlichen Bilder, dieser alttestamentlichen Allegorien, die wir immer wieder im Alten Testament finden, auf eine neutestamentliche Wiedergeburt. Um das etwas zu verkürzen, ich glaube, ich habe das auch irgendwo noch mal, ja, ich erkläre es vielleicht erst, ich habe das auch noch mal grafisch, ja. Der Eli ist ein Bild auf den Alten Bund, auf das Alte Testament. Und diese ganze Begebenheit ist ein Bild auf die Zeit von Pfingsten vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren ist in Jerusalem zum ersten Mal Wiedergeburt geschehen. Ja, da hat die Tochter Zion geboren. Und von da aus ist das Evangelium in die ganze Welt gegangen. Die Gegenwart Gottes geht zu den Heiden, die geht zu den Unreinen, geht zu den Philistern, zu den Völkern der Welt. Hier dadurch symbolisiert, dass die Bundeslade bei den Völkern ist, bei den Philistern ist, ja, dass die Bundeslade genommen ist, dass sie weg ist. Und zu Pfingsten, als Gott seinen Geist ausgießt, da fängt der neue Bund an, ja. Ob das jetzt mit Golgatha, mit Christi sterben und auferstehen ist oder mit Pfingsten, da streiten sich die Gelehrten drüber. Aber um im Bild zu bleiben, könnte man sagen, dass hier der Alte Bund an dem Tag beendet wurde, als Gott seinen Geist in Jerusalem ausgießt. Und der alte, schwere, blinde Eli, dieser Alte Bund, der ist zu seinem Ende gekommen und Eli stirbt. Der Alte Bund ist beendet. Und der Neue Bund fängt an. Deswegen haben wir auch ein Altes Testament in der Bibel und ein Neues Testament. Und dieser Neue Bund, der fängt an, weil Jerusalem gebiert. Und das Bild dafür ist, dass die Frau des Pineas schwanger ist und Geburt erlebt, ja. Das heißt, sie ist ein Bild auf die Tochter Zia und die gebiert. Und die hört, dass ihr Schwiegervater gestorben ist, ja. Der Alte Bund ist beendet. Und ihr Mann ist verstorben, Schlangenmund, ja. Dieser Alte Bund und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus eine Dämon genannt haben und von denen Jesus sagt, dass ihr Vater der Teufel ist, ja. Die sind auch tot. Das ist vorbei, ja. Die sind in dieser Schlacht, kommen die um, geistlich, ja. Dieser Alte Bund ist beendet. Das ist vorbei. Und die Schwiegertochter von dem Eli, die Frau von dem Pineas, gebiert. Und sie gebiert einen Jungen, ja. Und während dieser Geburt stirbt sie auch. Das heißt, das Jerusalem von damals hat zwar Wiedergeburt erlebt, aber die Stadt selber mit den Juden, die dort drin gewesen sind, gehen nicht mit in den Neuen Bund. Ein Überrest kommt zum Glauben an Jesus Christus. Ein Überrest kehrt um, ja. Schea, Ja, Schub, Jesaja sieben und acht. Aber das Judentum bleibt im Judentum stecken und stirbt geistlich, weil es nicht mit in den Neuen Bund geht. Und genauso ist das hier mit der Schwiegertochter von dem Eli, die gebiert zwar einen jungen Sohn, ja. Steht hier, sagen die Frauen, die neben ihr standen. Während sie stirbt, sagen sie, ihr fürchtet dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete nichts. Das heißt, das Judentum hat auf das Evangelium nicht mehr geantwortet, nicht mehr reagiert und nahm sie es auch nicht zu Herzen, dass Wiedergeburt in seinen Mauern geschehen ist. Ja, das Judentum, dem Judentum war das gleichgültige und die bleiben im Judentum stecken. Und sie hieß den Knaben Ikabod und sprach, die Herrlichkeit ist dahin von Israel. Warum denn? Weil Gott zu den Völkern geht. Gott geht weg von Israel und geht zu den Völkern der Welt. Das wissen wir auch seit 2000 Jahren, dass das so gekommen ist. Und sie sagt, sie nennt diesen Knaben Ikabod. Das heißt, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Es ist alles vorbei. Die Lade ist weg. Gottes Gegenwart ist von Israel weggegangen zu den Völkern der Welt. Hier im Bild zu den Philistern. Ihr Schwiegervater ist gestorben. Der alte Bund ist beendet. Und ihr Mann ist auch tot. Das Judentum selber bleibt auch stecken im alten Bund und nimmt sich nicht mehr zu Herzen. Und sie selber kommt auch ums Leben. Alles ist von Israel weggenommen. Aber in dieser Situation wird ein Junge geboren. Und dieser Junge ist der Anbruch der Gemeinde Christi, der Gemeinde Jesu Christi, der neutestamentlichen Gemeinde, die in Jerusalem Wiedergeburt erlebt hat, zu Pfingsten. Und dieser ganze Zyklus, der hier gezeigt wird in 1. Samuel 4, ist eigentlich ein alttestamentliches Bild, eine alttestamentliche Allegorie auf das Pfingstereignis, auf das, was in Jerusalem geschehen ist. Sie sagt doch hier nochmals die Frau von den Pinias. Und sie sprach abermals, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, denn die Lade Gottes ist genommen. Das heißt, zu Pfingsten ist das Evangelium von Israel weggenommen worden und den Völkern der Welt gegeben. Das heißt, alle, die aus den Völkern jetzt sich zu Jesus bekehren, gehören zum neuen Bund dazu, zu diesem neuen Bund, neuen Testament, der in Jesus Christus geschlossen worden ist. Das Bild dafür war die Zungenrede, Sprachenrede zu Pfingsten, weil plötzlich die Apostel und die, die dort zum Glauben gekommen sind, in den Sprachen der Völker Gott gelobt haben. Das heißt, die Zungenrede war ein Gerichtszeichen für Israel und hatte die Botschaft, Gott geht von euch weg oder ist schon von euch weggegangen und wird jetzt zu den Völkern der Welt gehen. Warum? Weil ihr das hier schon sehen könnt, dass wir in den Sprachen der Völkern euren Gott loben. Und das ist etwas, was Paulus dann nachher auch aus Jesaja zitiert, weil Jesaja sagt, ich will mit anderen Lippen und mit anderen Zungen zu diesem Volk sprechen, zu Israel, und sie werden mich auch so nicht hören. Das heißt, auch die Zungenrede ist in Jesaja im Alten Testament schon vorhergedeutet. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Alles, was im Neuen Testament vorhanden ist, ist im Alten Testament schon keimhaft angelegt. Das ist alles schon da. Und wenn wir das Alte Testament besser kennen würden und die Paulusbriefe genauer lesen würden, dann würden wir sehen, dass Paulus immer diese alttestamentlichen Stellen zitiert und uns zeigt, dass das alles im Alten Testament schon vorhanden ist. Das heißt also, wenn Paulus, ich glaube, Jesaja 28 da zitiert, dann schreibt er im Neuen Testament über die Zungenrede und er zitiert dazu Jesaja. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, das ist alles im Alten Testament schon da. Und das ist das, was wir hier auch sehen können in der Geschichte, die hier beschrieben wird bei dem Raub der Bundeslade. Die zeigt uns eigentlich im Bild schattenhaft das, was zu Pfingsten geschehen ist. Der Alte Bund ist beendet. Eli ist gestorben. Die Schwiegertochter von ihm hat Geburt erlebt. Ein Bild auf die Tochter Zion, die vor 2000 Jahren Wiedergeburt erlebt hat in den Mauern Jerusalems. Der Pineas ist gestorben. Sein Schwiegervater, also ihr Schwiegervater und ihr Mann waren tot. Und als sie das hört, da krümmt sie sich und gebiert. Sie weiß, die Bundeslade ist weg. Der Alte Bund ist beendet. Das Judentum bleibt im Judentum stecken und kommt nicht mehr zum Glauben an Jesus Christus. Sie nimmt sich praktisch dieses Knabens auch selber nicht mehr an und sie nennt den Knaben Icabod. Die Herrlichkeit ist dahin von Israel. Und das ist auch das, was Paulus in Römer 9 beschreibt. Es ist alles dahin. Ihnen war der Bund, Ihnen waren die Väter, Ihnen waren die Verheißungen. Aus ihnen kamen nach dem Fleisch Christus. Und das ist alles, alles geht alles, alles kaputt. Alles zerstört. Das wird hier in den Versen gezeigt. Und eigentlich im Bild, wenn man hier mal einen Schritt weiter geht, dann ist das hier der Übergang, der hier beschrieben wird. Der Weggang Gottes von Israel und der Beginn des neuen Bundes im Gesetz Christi. Das ist praktisch der alte Bund im Gesetz vom Sinai und das ist der neue Bund im Gesetz Christi. Und dieser neue Bund beginnt zu Pfingsten. Und das ist das, was hier in 1. Samuel 4 bis 6 dann beschrieben wird. Ich habe das hier auch nochmal aufgeschrieben. Die Bundeslade ist jetzt bei den Philistern. Das heißt, das Evangelium geht zu den Heiden. Eli, der alte Priester, ist tot. Das heißt, der alte Bund ist beendet. Das neue Testament beginnt. Die Schwiegertochter Elis gebiert. Das ist ein Bild auf Jerusalems Wiedergeburt vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Und sie selber stirbt bei der Geburt. Die Juden bleiben im Judentum zurück. Die bleiben im Judentum stecken und nehmen sich der ganzen Sache auch nicht mehr an. Sie nimmt sich des Kindes nicht mehr an. Israel negiert die wiedergeborene Gemeinde. Und das ist eigentlich das, was wir hier in 1. Samuel 4 sehen können. Ich finde das wunderschön. Das Problem ist halt nur, ich muss ja noch ein bisschen zurück machen. Das Problem ist halt nur, das sind Bilder, die wir deuten. Und wir deuten diese Bilder durch Gottes Geist auf neutestamentliche Ereignisse, auf neutestamentliche Tatsachen. Das Problem dabei ist, dass man diese Bilder aus dem Alten Testament nicht sprachwissenschaftlich erarbeiten könnte. Warum nicht? Weil sich die Predigt des Evangeliums Gottes unseren analytischen Fähigkeiten, unserer Logik und unseren Mitteln, die wir da anwenden wollen, entzieht. Das entzieht sich dem. Gott hat es gefallen, durch törichte Predigt zu retten, die, die daran glauben. Und er macht die Weisheit der Weisen zur Torheit. Und niemand kann verstehen, was in Gott ist, außer der, der aus Gott geboren ist, außer der, der Gottes Geist hat. Und deswegen sind diese Bilder, die wir hier deuten, auf neutestamentliches mit analytischen Werkzeugen oder Logik nicht nachzuvollziehen und nicht zu verstehen. Das entzieht sich gerade zu denen, die das versuchen. Also der Buchstabenmensch, der Analytiker, der kann diese Bilder überhaupt nicht deuten. Der kann zwar die Bilder deuten, die uns im Neuen Testament übermittelt sind und vorgegeben sind. Also der ganze Hebräerbrief ist ja voll von diesen alttestamentlichen Bildern, die er dann deutet. Aber er selber kann das nicht. Und das führt dazu, dass er diese Predigt ablehnen muss. Es ist auch so, dass in der ausgehenden Zeit der Reformatoren, da hat man gesagt, nein, wir müssen streng am Wort bleiben. Allein das Wort, allein die Schrift, aber man hat eigentlich einen ähnlichen Fehler gemacht, wie die Israelis auch. Man hat dieser allegorischen Auslegung keinen Raum mehr gegeben. Wobei wir Christen aber zugeben müssen, dass unsere komplette neutestamentliche Lehre allegorische Auslegung von alttestamentlichen Bildern ist. Zu einem großen Teil. Es gibt auch manche Dinge, die im Alten Testament nicht in Bildern, in Wortbildern übertragen werden, sondern auch so erstaunlich deutlich auch angekündigt werden. Aber ein ganz großer Teil von dem, was wir im Neuen Testament haben, ist im Alten Testament halt bildhaft angedeutet. Und das entzieht sich unserer Analytik und unserer Logik. Gut, diese Geschichte hier über den Raub der Bundeslade enthält aber noch mehr, denn die Bundeslade kommt auch wieder zurück. Das heißt also, wir haben jetzt gerade praktisch diesen Teil hier angeschaut, wo die Gegenwart Gottes, symbolisiert durch die Bundeslade, weggeht zu den Heidenvölkern. Und dann müssen wir uns vorstellen, ist eine lange Zeit der Gemeinde Jesu, 2000 Jahre, also mindestens, erfolgt, die in diesem Bild hier aber übersprungen wird. Das Bild im Alten Testament geht weiter mit der Endzeit, mit der ausgehenden, wie soll man das sagen, mit der Zeit der ausgehenden Gemeinde, wo die Gemeinde beendet wird und wo das Evangelium wieder zurückgeht. Und in dieser Zeit, wo das Evangelium wieder heimgeht, erleben wir einen Abfall in der Christenheit, einen Glaubensabfall, wo die Menschen viel von sich halten, wo sie ruhmredig sind, wo sie den Eltern ungehorsam sind. Ja, Paulus zitiert die Sachen ja dann auch im Timotheusbrief. Auch dreimal sechs übrigens, ja, also 18 Dinge, die er dort aufzählt. Und die Bibel, auch im Alten Testament, die Jesaja, 58, 59, ist von diesem Gericht die Rede, was über die Völker kommt, weil sie gottlos geworden sind, weil Europa gottlos geworden ist, Jesuslos geworden ist, glaubenslos geworden ist. Und von dieser Gerichtszeit, die über uns auch kommen wird, davon schreibt jetzt praktisch dieser nächste Teil. Also das hier wäre praktisch der Teil, wo wir uns damit beschäftigen wollten noch, wo Jerusalem wiedergeboren wird in der Endzeit, wo das Evangelium wieder zurückkommt nach Jerusalem, symbolisiert dadurch, dass die Bundeslade wieder zurückgeführt wird nach Israel und dort auf einem Stein aufgestellt wird. Ein Bild auf den Berg Zion. Das Evangelium kommt wieder zurück nach Zion. Warum denn? Weil in der letzten Zeit die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Dann hat das Evangelium in Jerusalem begonnen, der neue Bund, und dann ist es zu den Heiden gegangen, zu den Philistern. Und am Ende der Zeit kommt das Evangelium wieder zurück nach Jerusalem, findet dort seinen Abschluss. Und das ist in dieser Geschichte auch beschrieben. Wir schauen uns das mal an. Das ist praktisch hier die Wiedergeburt Jerusalems. Dieser Teil hier des neuen Bundes, das wird übersprungen in unserem alttestamentlichen Bild. Das ist auch kein Wunder, weil diese Begebenheiten oder diese Prophetien auf endzeitliche Dinge, die entwickeln sich erst langsam in der Bibel. Das hier ist noch ein sehr grobes Bild. Und wir sehen eigentlich nur den Anfangspunkt und den Endpunkt dieses neuen Bundes. Während der neue Bund selber in seiner Ausprägung in diesem Bild nicht vorhanden ist, der wird übersprungen. Das ist gleich nochmal wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn wir uns ansehen, wie die Bundeslade dann auch zurückkommt. Jetzt 1. Samuel 5. Die Philister aber nahmen die Lade Gottes und brachten sie von Ebeneser nach Astot. Ich zeige euch das mal hier. Hier in Ebeneser war der Krieg. Die Schlacht mit Israel, eine große Schlacht, die sie gewonnen haben. Und jetzt bringen sie die Bundeslade hier runter nach Astot. Astot, ja. Hier ist der Gazastreifen, also fast ein ganz aktuelles Thema, was wir hier haben. So, die bringen das also nach Astot in das Haus Dagons. Das ist ihr Fischgott. Die hatten damals einen Fischgott, Dagon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der gewisse Gerüche da verbreitet hat, weil das ein fischiger Gott war. In dieses Haus Dagons und sie stellen sie neben Dagon. Die Bundeslade steht jetzt neben ihrem Fischgott, neben ihrem tranigen Dagon. Und da die von Astot des anderen Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon auf seinem Antlitz liegen, auf der Erde vor der Lade des Herrn. Es ist, als ob nachts ein Engel gekommen ist und hat den Dagon darunter geworfen und hat gesagt, du musst dich beugen vor der Lade Gottes. Das ist Gottes Anwesenheit, ja. Die Götter der Heiden beugen sich und fallen. Und die Heiden glauben an diese Gegenwart Gottes, die unter ihnen ist, ja. Aber sie, die Philister, nahmen den Dagon und setzten ihn wieder an seinen Ort. Also wenn mein Gott gefallen ist, muss ich ihn halt nehmen und wieder irgendwo hinstellen, ja. Da, wo er eigentlich hingehört. Das ist kein Gott, ja, mit dem man sowas machen muss. Und das war auch der Fehler Israels, dass sie die Lade Gottes einfach genommen haben und haben gedacht, wenn Gott uns nicht hilft, dann hilft uns wohl die Lade, ja. Dann tragen wir die dahin, wo wir die gebrauchen können. Da sie aber des anderen Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz liegen, auf der Erde, auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Aber sein Haupt und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, dass der Rumpf allein da lag. Das ist Gericht an Dagon, ja. Gott zeigt ganz klar, was er hier von Dagon hält und wie heilig die Bundeslade ist, ja. Darum treten die Priester Dagon und alle, die in Dagon's Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagon zu Astort bis auf diesen Tag. Also es scheint damals irgendwo bekannt gewesen zu sein, dass die Priester da immer die Schwelle überspringen. Ich glaube auch, dass unser Brauch, die Braut über die Schwelle zu tragen, wenn man frisch verheiratet ist, also über die Schwelle des Brauthauses dann, ja, dass das auch damit zu tun hat. Aber da müsste ich nochmal nachgucken, ist auch nicht ganz so wichtig, ja. Das war aber scheinbar damals bekannt, dass die Priester Dagon's, wenn sie in den Dagon's Tempel gehen, nicht auf die Schwelle Dagon's treten, sondern da drüber springen dann, ja. Aber die Hand des Herrn ward schwer über die von Astort und verderbte sie und schlug sie mit bösen Beulen. Also sie sind krank geworden, ja, die haben Krankheiten bekommen, ja. Und zwar Astort und sein Gebiet, die ganze Gegend. Also die Bundeslade macht sich schwer, die will wieder nach Hause, die strebt wieder heim. Das ist eigentlich Endzeit, was hier berichtet wird, ja. Da aber die Leute zu Astort sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unseren Gott Dagon. Also die Bundeslade macht sich schwer und sie plagt die Bewohner von Astort, weil sie wieder nach Hause zurück möchte. Jetzt beratschlagen die Philister, was sie tun sollen und wie sie mit der Lade weiter verfahren wollen, ja. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie, lass die Lade des Gottes Israels nach Gad tragen. Also jetzt kommt die Bundeslade in die nächste Stadt, ja. Die kommt jetzt hier von Astort oder Astort nach Gad und dann nach Ekron, ja. So reist die Bundeslade da durchs Land. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dahin. Da sie aber dieselbe dahingetragen hatten, war durch die Hand des Herrn in der Stadt ein sehr großer Schrecken. Und er schlug die Leute in der Stadt, beide klein und groß, also dass an ihnen Beulen ausbrachen. Also auch die werden krank. Da sandten sie die Lade des Herrn gen Ekron. Ja, die kommt also jetzt von Gad nach Ekron. Ja, das ist ja, das ist so ihre Route, die sie da so nimmt. Da aber die Lade Gottes gen Ekron kam, schrien die von Ekron. Sie haben die Lade Gottes hergetragen zu mir, dass sie mich töte und mein Volk. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels wieder an ihren Ort, dass sie mich und mein Volk nicht töte. Denn die Hand Gottes machte einen sehr großen Schrecken mit Würgen in der ganzen Stadt, also mit Töten. Also die ganze Stadt wurde da getötet, die Bundeslade will heim. Das ist Gericht über die Heidenvölker, Gericht über die Nationen. Und das, befürchte ich, wird auch über uns kommen, wegen unserer Gottlosigkeit. Und ich glaube, Anfänge davon sehen wir schon. Das hat uns noch nicht ganz erreicht, aber das wird kommen. Das wird keine gute Zeit werden für uns. Und welche Leute nicht starben, die wurden geschlagen mit Beulen, dass das Geschrei der Stadt aufgehend Himmel ging. Also sie sind damals krank geworden und die hatten auch Hungersnöte. Da kamen Mäuse, die ihre Ernte aufgefressen haben. Also es war eine ganz, ganz schwere Zeit. Und die haben alles getan irgendwann, um die Bundeslade wieder zurückzubringen. Also war die Lade des Herrn sieben Monate im Land der Philister. Also irgendwie auch so eine Füllezeit, sieben Monate. Und die Philister riefen ihre Priester und Weissager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lehret uns, womit wollen wir sie an ihren Ort senden? Sie sprachen, wollt ihr die Lade Gottes Israels senden? So sendet sie nicht leer. Das ist eine Frage von Respekt, ja? Also schickt sie mit einem Schuldopfer, mit etwas, was vergilt. Sondern ihr sollt, sondern sollt ihm vergelten ein Schuldopfer, so werdet ihr gesund werden. Und wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch lässt. Sie aber sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm geben sollen? Sie antworteten, fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse nach der Zahl der fünf Fürsten der Philister. Also fünf goldene Beulen für diese Beulenpest oder diese Krankheit, die sie hat mit ihren Geschwüren und ihren Ausschlägen. Und fünf goldene Mäuse, weil die Mäuse ihnen nämlich das Land verderbt haben und die Ernte aufgefressen haben. Denn es ist einerlei Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So müsst ihr nun machen Bilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land verderbt haben. Die Mäuse und Beulen haben das Land verderbt. Dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebet. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott. Also da ist fast schon ein Spott über den Dagon, dass der Gott Israels über dem Gott Dagons ist. Und über euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht also, da er seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie fahren, dass sie hingingen? Also als Gott seine Macht an dem Pharao bewiesen hat, da ließen die Ägypter Israel gehen. Und er sagt, schick die Lade wieder zurück, das hat keinen Zweck, das kostet uns unser Leben. Und ich glaube, dass das ein Bild ist auf die Gerichtszeichen, die über die Völker der Welt kommen. Ich glaube, dass am Ende der Zeit werden alle Jesus verraten haben. Alle. Israel vor 2000 Jahren und seit der Zeit. Und am Ende der Zeit auch die Völker der Welt. Denn wie die Christen über Gott sprechen in ihren Gottesdiensten, das ist Lästerung. Und das wird Gott heimsuchen. Das wird kommen. Und man kann das hier an diesem Bild auch einigermaßen ablesen. Dann sagen sie, so nehmt nun und macht einen neuen Wagen und zwei junge säugende Kühe. Das ist jetzt wieder spannend, weil diese zwei jungen säugenden Kühe, die haben Kälbchen. Das heißt, diese Kühe waren schwanger und haben geboren. Das heißt, wir haben hier wieder so ein Geburtsbild, was uns da in diesem alttestamentlichen Bild, dieser Allegorie entgegenkommt. Nehmt nun und macht einen neuen Wagen und zwei junge säugende Kühe, auf die nie ein Joch gekommen ist. Also eine gewisse Form von Reinheit und von Unbelastetheit. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und spannet sie an den Wagen und lasst ihre Kälber hinter ihnen daheim bleiben. Und nehmt die Lade des Herrn und legt sie auf den Wagen. Und die goldenen Kleinode, die er ihm zum Schuldopfer gebet, tut in ein Kästlein neben ihre Seite. Und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie hin auf den Weg ihrer Grenze gegen Bethsemes, so hat er uns all das große Übel getan. Also das heißt also, wenn die Kühe, obwohl ihre Kälbschen zurückbleiben, trotzdem die Bundeslade und den Wagen mit der Bundeslade nach Israel tragen, dann kommt es vom Herrn. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es uns zufällig passiert. Also die schicken jetzt die Lade, lasst die Kälbchen daheim bleiben, schickt die Lade des Herrn auf dem Weg ihrer Grenze nach Bethsemes. Hier Bethsemes, ja. Wo nicht, so werden wir wissen, dass seine Hand uns nicht gerührt hat, sondern es ist uns zufällig passiert. Es war ein Zufall, es ist uns ungefähr widerfahren. Das heißt also, diese Zeit, der Segenszeit der Gemeinde Jesu, diese 2000 Jahre Christenheit in Europa und in der Welt, sind in diesem Bild übersprungen worden. Und es geht jetzt zurück, wenn das Evangelium wieder zurückkommt nach Jerusalem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Es steht im Vers 12, und die Kühe gingen geradewegs auf Bethsemes zu, auf einer Straße und gingen und blökten und wischen nicht, weder zu rechten noch zu linken. Die sind also nach Jerusalem gegangen zurück, schnurstracks, und die haben geblögt, weil ihre Kälber hinter ihnen waren. Aber als ob unsichtbare Engel, sie ziehen, die müssen zurück nach Israel, ja. Und sie wischen nicht weder zu rechten noch zu linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach, bis an die Grenze von Bethsemes. Also zeige ich euch nochmal hier. Ja, das ist also der Weg von Ekron hierüber bis nach Bethsemes. Das war eine ganz schön lange Wanderung, die die da gemacht haben. Die Bethsemiter aber schnitten eben in der Weizenernte im Grund. Also sie haben gerade Ernte. Das Feld ist reif zur Ernte. Und sie hoben ihre Augen auf und sahen die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Ach, da kommt ja die Bundeslade wieder zu uns, das ist ja ganz unerwartet. Ja, so unerwartet wird das Evangelium, wir dann nach Israel zurückgehen. Und zwar nicht prozesshaft, sondern einem katastrophischen Ereignis, weil an einem Tag Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, ja. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas des Bethsemiters und stand da selbst still. Und die Philister sind hinterhergelaufen und schauen sich das an, ja. Und da war ein großer Stein da selbst, ein Bild auf dem Berg Zion. Und sie spalteten das Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Das ist eine erstaunliche Sache. Das heißt, da sind zwei Kühe, die schwanger waren, die geboren haben, die wieder, na, ich muss vorsichtig sein, die Geburt erlebt haben, ja, die geboren haben. Und die bringen das Symbol für die Gegenwart Gottes wieder zurück nach Israel und werden dort geopfert. Und diese beiden Kühe sind ein Bild für diese beiden Zeugen in Offenbarung 11. Diese zwei Zeugen sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Die werden wiedergeboren, die sind schwanger gewesen und säugen, ja. Die haben, das ist ein Bild, von dem wir da sprechen, das sind die, die in Jerusalem wiedergeboren sind, die zum Glauben gekommen sind. Und ein Bild für diese beiden Zeugen sind diese beiden Kühe. Die bringen das, die bringen die Gegenwart Gottes, die bringen den Geist Gottes wieder nach Hause auf einen großen Stein, der dort steht, auf den Berg Zion. Das ist ein gewaltiges Bild. Das ist ein großes Bild. Und das kann man nicht analysieren, aber da kann man sich freuen drüber. Dass das schon in 1. Samuel 6 steht, das ist unglaublich. Das wird aus dem Zusammenhang dieses Bildes und aus dem her, was wir schon wissen aus dem Neuen Testament, überhaupt erst verständlich. Wenn ihr nach dieser Begebenheit einen Rabbiner fragt, kann der euch keine Antwort geben. Und wenn ihr nach dieser Begebenheit so manchen deutschen Pastor oder Pastor-Prediger irgendwo in der Welt fragt, kann er euch darauf auch keine Antwort geben. Wir können diese Begebenheit nur deswegen deuten, weil wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Und weil wir wissen, dass diese beiden Zeugen in der Offenbarung 11 hier im Bild auch auftauchen in Form dieser beiden schwangeren Kühe oder Milchkühe, steht in anderen Übersetzungen auch. Wir haben also dieses Bild der Geburt, haben wir zweifach im Bild. Einmal die Schwiegertochter Elis am Anfang und jetzt diese beiden Kühe, die Milchkühe sind und die ihre Kälbschen zurücklassen müssen und die Lade zurückbringen nach Israel. Das ist unglaublich. Ich finde es unfassbar, was da steht in der Bibel. Und das ist auch so eine Art rückwärtiger Prophetie. Wir können diese Verse im Alten Testament jetzt deuten, weil wir die Dinge aus dem Neuen Testament und an anderer Stelle aus dem Alten Testament schon gefunden haben. Und wir finden das überall. Es ist so, als ob das Wort Gottes uns das bestätigen will, was wir gefunden haben. Dass das Wort Gottes uns das zuruft und sagt, das ist der Weg, den geht, das stimmt. Schaut mal hier in 1. Samuel 4, 5, 6 findet man das auch. Und das ist was Großartiges. Dann steht hier, die Leviten aber, die sie vielleicht dann geholt haben auch, die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab von dem Wagen und das Kästlein, also die Lade musste ja eigentlich getragen werden, die dürfte ja nicht auf einem Wagen gefahren werden. Aber die Philister wussten es halt nicht besser. Und die Leviten hoben die Lade des Herrn herab und das Kästlein, das nebendran war, darin die goldenen Kleinode waren und setzten sie auf den großen Stein. Jetzt sitzt die Bundeslade, die Gegenwart Gottes ist wieder auf dem Berg Zion angekommen. Das ist das Bild. Es gibt Leute, die das sehen und die gehen wieder heim. Wie die Philisterfürsten. Die sehen das, was hier geschrieben steht oder vielleicht auch irgendwann die Wiedergeburt Jerusalems. Und die gehen wieder heim. Das rührt sie nicht an. Das gibt es heute noch. Und fast sind die fünf Fürsten der Philister ein Bild darauf. Das heißt also, die Bundeslade kommt zurück. Das heißt, das Evangelium kehrt wieder zurück nach Israel am Ende dieser sieben Monate Zeit der Bundeslade bei den Völkern. Die Bundeslade kommt wieder zurück nach Israel. Das Evangelium kommt am Ende dieser Geschichte zurück. Das ist das, was wir hier heilszeitlich an anderer Stelle auch schon gesehen haben. Die zwei säugenden Kühe sind ein Bild auf die zwei Zeugen, auf das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem. Sie werden geopfert. Die beiden Zeugen sterben den Märtyrer tot. Und zwar in Jerusalem. In der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt ist. Der Fels auf dem Acker ist ein Bild für den Berg Zion, für Jerusalem. Und die Lade auf dem Felsen heißt, Gottes Gegenwart ist zurück auf dem Zionsberg. Und die goldenen Kleinorde, das ist die Frucht der Buße der Nationen. Weil das Evangelium kommt nicht leer zurück. Das ist praktisch das, was ein Reichtum aus den Völkern für Gott durch die Bundeslade, durch seine Gegenwart bei den Heiden erworben wurde für Christus. Aber das sind Bilder. Viele werden jetzt sagen, ja gut, da gehst du aber ziemlich weit und du überinterpretierst das. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das überinterpretiert ist. Denn die Gegenfrage ist ja die, was würden denn die, die das kritisieren, daraus machen aus der Geschichte? Wie soll man das denn sonst deuten? Gibt es eine andere Deutung dafür? Ich meine nicht. Und das ist ja so, dass das ganze Bild passen muss. Nicht nur Ausschnitte, sondern das alles, was uns hier gezeigt wird in 1. Samuel 4 bis Vers 6 muss ja stimmig sein. Aber dass wir diese neutestamentlichen Dinge so ablesen können, 1. Samuel 4 bis 6, das finde ich unfassbar. Und das ist für mich Gottes Wort. Hier wird Gottes Wort lebendig. Das heißt, wir können plötzlich diese Begebenheit, dieses Raubs und der Rückkehr der Bundeslade verstehen, weil wir Pfingsten kennen, weil wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen, weil wir uns Offenbarung 11 angeschaut haben, weil wir im Neuen Testament die neutestamentlichen Aussagen kennen zur Gemeinde Jesu und zur Wiedergeburt. Dinge, die uns Paulus im Römerbrief sagt, dass wir einen alten Menschen haben und einen neuen Menschen. Johannes 3, ja, ihr müsst von neuem geboren werden. Das sind diese Bilder, die wir im Neuen Testament haben. Und die dürfen wir ja mit dem Alten Testament abgleichen. Und das ist was Großartiges. Das ist was Außergewöhnliches für mich. Und ich freue mich darüber. Aber man kann das nicht analysieren. Das entzieht sich unserer Logik. Ich gehe noch einige Folien weiter, weil wir uns da noch eine Kleinigkeit anschauen müssten. Nicht so sehr wichtig, aber der Vollständigkeit halbe. 1. Samuel 6, Vers 17. Dies sind aber die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn zum Schuldopfer gaben. Astort eine, Gaza eine, Ascalon eine, Gad eine und Ekron eine. Also fünf Städte, fünf Philister-Städte. Und wenn man die hier mal anschaut, dann fehlen die hier noch in der Aufzählung. Ja, also wir haben bisher, hatten wir das hier als, was auch in der Karte, die ich aus dem Internet raus habe, uns gezeigt wurde. Aber hier in 1. Samuel 6, Vers 17 werden diese fünf Städte ja aufgezählt. Und wer gut zugehört hat, der hat eben gesehen, dass die ja auch fünf goldene Mäuse und fünf goldene Beulen hatten. Und das ist nur dann, wenn man diese Städte hier noch ergänzt. Ja, das wäre also praktisch dann Astort, Gaza, Ascalon, Gad, Ekron ist die fünfte Stadt. Und dann geht es zurück nach Bechemesh und nach Kiriati Arim, wo die Bundesleiter dann nachher hinkommt. Also der Text, ich will damit nur sagen, der Text ist komprimiert. Hier, wenn man weiterliest, dann werden auch alle fünf Städte aufgezählt. Aber es ist fast so, als ob im ersten Erzähldurchgang nur die notwendigsten Dinge aufgezählt werden, um sich nicht zu verzetteln. Also man hat diese Städte hier alle weggelassen, vielleicht um die Erzählung auch knapp zu machen und kurz. Und in dem zweiten ergänzenden Passus dann gezeigt, dass das die Philister-Städte gewesen sind, in der die Bundeslade auch unterwegs gewesen ist. Finde ich wichtig, auch um den Text zu verstehen. Also Astort eine, Gaza eine, Ascalon eine, Gad eine und Ekron. Habe ich dir mal so durchnummeriert, dass man das so ein bisschen zuordnen kann. Und goldene Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, der gemauerten Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein. Darauf sie die Lade des Herrn ließen, bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas des Bezimiters. Das wird ein großes Zeugnis sein. Wenn die Bundeslade wieder auf dem Berg Zion steht, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird Jesaja seinen zweiten Sohn bekommen. Maher Shalal Hasbas, raube bald Eilebeute. Das wird ein großes Zeichen sein. Deswegen sagt Gott zu Jesaja auch in Jesaja 8, nimm einen Griffel oder eine große Tafel und schreib darauf, dass es alle sehen können. Das wird ein großes Fanal für die Endzeit sein. Wenn die Lade wieder auf dem Felsen steht, wenn die zwei säugenden Milchkühe nach Israel zurückgehen, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Das wird ein großes Fanal sein. Dann fangen Zeiten an zu laufen. Dann fängt die 70. Jahrwoche an zu laufen. Und das ist das, was wir im Bild schon angedeutet sehen, hier in den Versen. Zeuge, das ist ein Zeuge, das ist ein Beweis, ein Beweisstück, ein Fakt. Das wollen ja immer viele gerne. Und wenn man das mit diesen Augen sehen kann, nicht nur geistlich im Wort Gottes, wie wir es jetzt sehen, sondern dann auch physisch und konkret in Jerusalem, dann werden das alle sehen und verstehen. Das wird ein Zeuge sein. Und das wird den einen zum Heilsein und zur Bestätigung und den anderen zum Gericht. Zeuge und Zeuge ist der große Stein, darauf sie die Lade des Herrn ließen, bis auf diesen Tag auf dem Acker Josuas des Betsemiters. Und etliche zu Betsemes wurden geschlagen, darum, dass sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Also die haben wohl die Lade aufgemacht und haben da reingeschaut. Und die Lade ist heilig. Man kann nicht mit der Lade machen, was man will. Mit der Gegenwart Gottes kann man nicht spielen. Das ist nichts Profanes, wo man sagen kann, schaue ich mir mal schnell an, gucke ich mal schnell rein. Sondern das ist etwas, was uns offenbart wird, wenn es Zeit dafür ist. Und vorher nicht. Und Gott schlug des Volkes 50.000. Also da ist die Frage, wie dieses Zahlwort dort zu verstehen ist im Hebräischen. Manchmal ist es ja so, wenn ein Jota irgendwo fehlt, dann ist die Bedeutung des Wortes komplett anders. Und da gibt es wohl Unklarheiten über diesen Begriff, ob es 50.000 oder 70 Mann sind. Deswegen steht das hier in Klammern. Da trug das Volk leid, dass der Herr so eine große Schlacht im Volk getan hatte. Und die Leute zu Betsemes sprachen, wer kann stehen vor dem Herrn, solchem heiligen Gott. Jetzt haben sie es verstanden, dass Gott heilig ist. Und dass man auch mit seinen Dingen nicht einfach verfahren kann, so wie man will. Und zu wem soll er von uns ziehen? Und sie sandten Boten zu den Bürgern Kiriat-Jerims und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wieder hergebracht, wiedergebracht, kommt herab und holt sie zu euch herauf. Also die Lade kommt jetzt von Betsemes, zwölf Kilometer nach Kiriat-Jerim bei Abu Ghosh und wird dort dann aufbewahrt, weil man gesagt hat, dass die Bundeslade da auch hingehört und dahin soll, wo ein heiliger Gott sich auch aufhält. Das heißt also, was wir hier sehen, ist Rückwärtsprophetie. Ich habe das eben schon kurz angedeutet. Das ist etwas, was man seit 2000 Jahren vielleicht verstehen kann, wenn man das Neue Testament kennt. Aber es ist etwas nicht, wo man die Offenbarung liest und guckt, jetzt kommen in der Zukunft noch Reiter und kommen noch Schalen und kommen noch Posaunen, sondern mit dem, was wir gefunden haben, gehen wir zurück ins Alte Testament und sehen, dass das dort bestätigt wurde. Und das finde ich allein, um diese Lehre von der Wiedergeburt Jerusalems zu zeigen und zu beweisen, dem geistlichen Menschen, dass man das mit dieser Rückwärtsprophetie machen kann. Die Bundeslade kommt zurück, das Evangelium geht zurück nach Israel. Zwei säugende Kühe, das sind die zwei Zeugen, sie werden geopfert, die beiden Zeugen sterben, den Märtyrer tot. Der Fels auf dem Acker ist der Berg Zion, die Lade auf dem Felsen ist Gottes Gegenwart und die goldenen Kleinode sind die Frucht der Buße aus den Völkern der Welt. Das war Raub und Rückkehr der Bundeslade. Ich finde das etwas Wunderschönes. Ich kann da Tage und Wochen lang von zehren von solchen Gedanken, weil mich das sicher und gewiss macht, dass die Bibel wahr ist. Weil das hier kann nicht irgendjemand in Israel aufgeschrieben haben. Das kann auch keine self-fulfilling prophecy sein. Wie mal jemand in der Bibelstunde gesagt hat, kann es denn sein, dass die Israelis halt so lange an ihren Prophetien gearbeitet haben, bis die irgendwann dann auch wahr geworden sind. Das funktioniert hier nicht mehr. Und ohne die Wiedergeburt Jerusalems und ohne diese Kenntnisse kann man 1. Samuel 4, 5 und 6 nicht verstehen. Das bleibt eine Geschichte, wo man sagt, das ist aber seltsam. Man kann da auch eine Bibelstunde machen, kann sagen, guck mal, wie Gott heilig ist und wie Gott für seine Sachen auch sorgt. Aber den tieferen Sinn, den eigentlichen Sinn von dem, was dort beschrieben wird, den kann man nicht erfassen. Den kann man erst dann erfassen, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß und es akzeptiert hat. Dann öffnet sich aber diese Bibelstelle und wird zum Evangelium, wird zu einer neutestamentlichen Aussage. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird es zum Neuen Testament. Dazu wünsche ich euch allen viel Segen und viel Kraft, auch für die Zeit, in der wir stehen und die Zeiten, die vielleicht noch auf uns zukommen. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!